gothic 3 aus dem urlaub frisch knackig auch und verwirrt keine ahnung mehr hab was ich mach auch der botscht nicht wenn man ja ich keine ahnung hab was ich machen wollte ich muss erst mal wieder rein da das war's mit dir jetzt der weg richtig schön ich möchte eigentlich nur noch mal aufstehen so die scheiters wollte ich noch weg machen ja lade ruckler aus der hölle kann man sich jahre nur mit beschäftigen und gemüse zu sammeln schön für alle veganen und vegetarier unter euch falls es solche gibt soll es ja geben oh shit sammeln doch nicht die mana pflanze ein da kommt die bloodfly angeruckelt hey wie es war die vergiften einen so eklig dabei wollte ich nur die scheuen hirsche einsammeln abklappern oh gott da kommt auch noch ein wolf und der wolf der haut sich da mit irgendwas anderem platt oh 4-4 wölfe gegen einen bildstein auch nicht so fair ne da mische ich mich jetzt nicht ein da rennt einer aber den ignoriere ich mal gekonnt lasse ich mal links liegen hier müssen doch irgendwo noch diese scheiß letzten zahmen ne nicht sagen scheuen wusch ist ein so warm den verliegen hier noch ein paar sachen rum da ist ein orcs diesen schlecht gelaunt großen ganzen ich bin vielleicht alles runtergefallen wo sind die scheiß äh hab ich den fähig nicht gelootet doch oik 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 wolf 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 nach lade ruckler vielleicht ist hier doch noch einer auf der ebene der warrior aber nicht sehen das ist nicht so zu sein die haben irgendwie gerade gegen irgendjemand schlechte laune gehabt war nicht gegen die warrior ja ich hab mich hier mal durchgemogelt sooo oh da geht es aber steil im berg hoch lade ich mal bogen muss draußen bleiben irgendwo muss doch noch dieser scheiß fischste ich sehe was nein snake das ist nicht oh nein nein du kacke das gerne schuss gerne schuss gerne schuss ne 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 nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben wie lange geht denn das eigentlich wird das überhaupt irgendwann auf antidote antidote ich glaube es wäre antidote 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 ich würde ja gerne die ganzen shy wolves geben aber zeig mir deine ware ja ich halt nix nix an protection against ice der hat auch nix an pfeilen da hm 20 lurker claws mal ein paar verkaufen verkaufen ach was soll der scheiß verkaufen alle lurker skin auch wolf skin auch weg damit das ist dope gehalten mal noch man weiß ja nie für was man es braucht so da ich natürlich cleverer weise ohne den teleport aus monterra zurückgelaufen bin und jetzt da wieder hinlaufen na klasse wo geht es denn dahin schwer fällt ein doch oben bleiben sollen nach dem metal chest kann ich überhaupt schon ja geht cool verwandlung blutfliege ist das ja flame die lecker heute machen wir sehr entspannen stream ich fand doch mal wieder ein fliegen sind überall gespawnt natürlich tödlich für mich für echt an sich jedes beschissene kraut das umsteht einsammeln muss ein bisschen aufpassen mal dass die pfeile angeht so ich habe noch gar nicht nach dem patch geguckt den es geben soll für den patch damit nicht und heute auch zusammen ja fokus sind nicht wo muss sie nicht mehr wissen sie anscheinend nicht mehr interessant er trifft einfach steht jetzt muss ich weg auch gott da ist noch einer oder hauen sie jetzt gegenseitig nein die sind alle gegen mich schön und das da das da das da ist das da das da ich glaube ein wolf nein er hat es gekillt vor allem das bildschwein bringt halt 50 100 erfahrungspunkte der wolf 0 50 rino 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 schlicht rino es kann ich auch sagen aber ich habe die zum pass hier zum kämpfen gebracht dann kann ich mal schön hinterbitte durch ja mein stress da oben das hat mich scheinbar auch gesehen gut oh noch eins da sind keine scheuenhörungen die sind zu weit weg noch mal einen guten schuss hinterher gesetzt oh rot ja schön zauberausspruchrollen sind eigentlich immer ganz gut da freue ich mich mal drüber könnte ich mal speichern ich bin jetzt knapp dem tot wenn der Schippe gesprungen das ein oder andere mal heute ja und äh da kann man schon mal speichern so hier gibt es schon mal nichts interessantes mehr oh ich bin aber eigentlich schon fast hinter Montera wenn ich jetzt hier über den Berg irgendwie komme bin ich da hinter Montera ich hoffe ich 3 verzettel mich da viel zu oft ich geh irgendwo hin und dann so oh guck mal da was hat man hier eine Höhle oh nicht dass da gleich mal noch ein Schattenläufer oder sowas auf mich wartet Snake mein Crawler die kriege ich kaputt ja normalerweise schießt er nie so hoch ja schießt dann dazu durch machen da so witzige Geräusche ja schieß halt drüber ey ich weiß nicht manchmal da gibt es einfach keinerlei Sinn was passiert ey ey verarscht mich doch ey 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 was ist denn los clipboxen aus der Hölle geht ja weniger rein wie ein Carlos Strike aber ich habe schon ein paar mal in den Baum da geschossen alles gut müssen wir nachher wieder ein paar rausholen er gibt halt auch 200 erfahrungspunkte na dann muss man es ja schon manchmal abwägen 200 erfahrungspunkte gegen 3000 pfeile oder umgekehrt was macht der denn er hat seine Kontaktlinsen verloren ja ja oder sie sind minecrawler sind alle männlich wie auf die Pfing das war einmal zu viel sogar zweimal eigentlich zu viel nochmal so ein Schnellschuss rausgedrückt der überhaupt nichts aufgezogen hat ich will immer mit Tabs Inventar aufmachen oh noch 543 pfeile ok so einen dicken Keul Keulendinger hätte ich jetzt auch Bock wobei ich soll ja abends nicht mehr so viel essen davon werde ich nur dicker so was haben wir hier haben wir noch irgendwas Haufen Snakes watch out Snakes ah wie viele haben wir so ein bisschen vor wie bei der einen South Park Folge und noch eine ähm bei der W.O.E. Folge so lange Level 1 Viecher killen bis sie den einen Typ da rum bringen können gut jetzt noch höher ne boah was da alles drin ist man wer wer transportiert das denn jetzt hier hin so alles klar wir haben hier mal eine Kiste mitten im Arsch der Welt tun wir mal zwei Zauber Spruch Rollen rein machen die sehr selten sind ja eigentlich so als Magie mega selten alles klar packen da zwei Stück rein so ich muss jetzt irgendwie über den Berg über den Berg über den Berg was war da? Rino nicht so gut gelaunt komm ich hier rüber mit exzessivem springen woher fast kann man mal längst bringen raus da langsam aber sicher so ich bin mir gerade nicht sicher ob das gewollt ist dass man hier oben rüber läuft das sieht irgendwie so leer aus hier alles hm breche ich gerade schon wieder eins der Gothic Spiele treib ich es an die Grenzen des möglichen ruckelt auf jeden Fall Achtung gefährlich durch die Bäume zu rennen woher gehts runter? naja schneiden sie ich bin mir ziemlich sicher dass das nicht Montera ist alles gut ha? schön ei was ruckelt das denn so ganz da diese Nachladeruckel da sind Montera da sind Montera mal den Safety Knopf betreten betreten? benutzen OO ohne hinzufallen so hier haben wir doch einiges zu tun Montera questlock das hier das hier? auch nicht hier so Montera Collect the Rent von Dominic Farm Dominics Farm wer ist hier Dominic? Dominic? Rufus? vielleicht vielleicht kann ich dir helfen ich muss nach Okara und zwar so schnell wie es geht die Rebellen warten dort schon auf mich ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie ich find's super was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Tagesis es war schon leichtsinnig genug dir überhaupt davon zu erzählen hm ich wollte es gerade schon einwerfen Halt irgendwer bringt unsere Leute um weißt du etwas darüber? nein wir beobachten dich wo denn? ich habe nur einmal umgebracht und der hat es auch verdient so Dominic bist du Dominic? so weiter macht wird das niemals und auch wir sind einer deiner Sklaven hat Kontakt zu den Rebellen das wird ja immer besser hört das irgendwann auch mal wieder auf? also gut kümmere du dich darum ich kann ja schließlich nicht alles machen verstehe ich habe mir nämlich mich jetzt doch für Orcs entschieden weil im Urlaub habe ich mir so gedacht eigentlich der scheiß König ist ja dafür verantwortlich dass ich überhaupt hier in der Strafkolonie war und äh dem schuld ich gar nichts dem schuld ich gar nichts muss ich auch nicht seine Stelle befreien die Orcs waren zwar auch immer scheiße aber die waren so aus Prinzip scheiße ja in Ordnung ich hole dich hier raus wie willst du das anstellen? lauf los ich folge dir was jetzt? ja verdammt lauf weil ich komme ich gehe jetzt erstmal mit schleimig mal noch ein wir reden später ja wir reden echt später ähm dann bin ich nämlich schon mal in Okara kann mir da den Teleport holen ich glaube in den Rebellen Camps ist immer relativ einfach den Teleport zu bekommen verdammte Scheiße was war das denn für ein toller Plan lauf los sagt er und ich Idiot mach das auch noch hat doch geklappt du bist doch völlig wahnsinnig die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen du Spinner ich fass es nicht Schluss jetzt du wolltest nach Okara oder? ja aber alleine schaffe ich das nicht Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher ich begleite dich nach Okara lauf was jetzt? sag mal würdest du mich verarschen? jetzt lauf schon du Idiot das war ein sehr schöner Dialog oh guck mal da Vaniten oh Snapper Sein Ernst rennt der denn hin? rennt der da jetzt wirklich durch? das sind doch was hier Banditen ne ok war von niemand oh Brücken ich erinnere mich noch ohne Patch das sind sie sehr sind die NPCs nie drüber gelaufen ich habe komische Geräusche lauf oh Gott ne oder? das könnte unangenehm werden er kratzt sich echt am Arsch er kratzt sich echt am Arsch er kratzt sich echt am Arsch ok er ist tot und ich mit weil er kratzt sich am Arsch und jo jetzt habe ich eine Ei immer noch hinter mir oh wenigstens die Wölfe sind dumm einfach rein halten ich überließe immer wieder das Spiel aber es gehört bei Gothic gehört es halt eigentlich dazu dazu einfach da rollt der Berger boah vielleicht hat es Wufus ja doch überlebt aber bei andererseits wäre es dann auch nicht so schlimm wenn er tot wäre so und die kriegt er halt nicht mehr raus die Pfeile 2000 Pfeile reingeballert kein Problem die sind weg so Wufus oh er lässt sich einfach von einem Wölf umählen glaube ich eskaliert er hat es eigentlich nicht anders verdient das war es für dich und er hat noch volle Lebensenergie er lässt sich einfach von einem vermöbeln da kennt er nichts der Wofus noch mehr Wölfe schön nochmal einen ganzen Sack voll ach du Kacke lauf, lauf ganz wie du willst ach so er steht ach Gott er steht wieder im Stein drin ich liebe Gothic Gophic 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 ist ein schönes Spiel er steht im Stein drin und frisst mich von unten auf und ich habe natürlich nicht gespeichert die Uhr da habe ich gespeichert da habe ich gespeichert ich habe gespeichert ich sage mal sowas so ich kann mir mal hier angucken ob der überhaupt Schaden kriegt von dem Teil nicht sonderlich viel der hat schon anscheinend sehr starke ähm Stoffklamotionen da ich ja weiß was auf mich zukommt gleich kann ich nochmal speichern Zukunft der Baum sieht irgendwie aus als ob ich hierher gehört der wurde adoptiert so geil wie hier einfach die Gegner ignoriert ganz lieber ganz lieber ganz lieber ganz lieber Bei ihm geht halt auch nur einer drauf oder wir müssen es sagen ganz lieber Achso. Die Kämpfe in Gothic 2 sind einfach toll. Wird er mal durch einen durchgeschossen. Der tankt sie alle und ich soll sie einen nach dem anderen abziehen. Eine gute Taktik. Der Pfeil ging anscheinend durch. Wie viel die Schaden machen wir? Ich habe extra schon so eine Rüstung geholt. Scheißegal. Die machen einfach Schaden. Oh ja, der hat eingefallen. Da steckt die Waffe weg. Der ist so dumm. Ja. Und er fuchtelt dahinten halt mit seinem Kack sperrt rum. Ich hasse die Viecher. Ich auch. Abgebrochen. Abgebrochen. Ja. Frech hier an. Auch Clay Up. Alles. Oh, was haben wir hier? Maximal Life Plus 20 und Gold Value. Okay. Aber. Kann ich mir noch ein paar Steaks braten? Und dann gleich noch Essen. Bei Rufus. Dem scheint es ja noch gut zu gehen. Was hat denn denn? Ach. Ah. Kaum Schaden bekommen. Ganz einfach. Ganz einfach für Rufus. Da die dickste Bauernkleidung von allen. Oh. Zwei Schattenläufer. Du hast da nicht reinläuft, ne? Oh. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt hier Rufus umbringen? Aber der macht mich das hier eher frisch. Ich probiere es mal. Wo ist er? Halt, stopp. Jetzt bist du dran. Kann auch sein, dass es nicht ihr dumme Idee war. Der Sklavi-Rufus ist dicker bewaffnet und dicker besser ausgebildet wie jeder Vandit. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Das interessiert den einfach nicht. Der hat mir doch noch. Nicht so. Oh, mein Kopf. Sieh zu. Jetzt nicht. Wir reden später. Hm. Ich habe mich ums Problem gekümmert. Ich habe umgehauen. Innos sei Dank. Wir haben es geschafft. Gut. Dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dass ich ihn so richtig fett aus Morgie hauen habe. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier. Nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Hat er mir nochmal 15 Gold gegeben. Schön. So. Können wir uns das Ganze mal angucken von oben. So. Das machen wir jetzt mal ein Savegame. Na, das gucken wir uns nach einer Pause an. Würde ich mal sagen. Bis gleich.